Ich stehe ab. Ich stehe ab. Ich stehe ab. Ich stehe ab. Noch mehr Typen? Okay. Stellt euch ordentlich an. Ich warf dann einen nach dem anderen. Das ist ein billiger Trick. Der gehört mir. Ich bring dir Respekt bei. Hier, ein Geschenk für dich. Ja, ich hab ihn. Ein paar Arsch, das sind gefällig. Achtung, der ist in der Luft. An der Stelle würde ich weglaufen. Dann kümmert ihr den Schädel. Schon traurig, dass ich immer denke, alle wollen mich umbringen, wenn jemand auf mich zurennt. Aber das wollen sie immer. Ich werde dir Respekt bei mir. Warte mal, alle Arbeiter von der Baustelle haben erzählt, dass sie plötzlich in Atlantik sind, die viel gewonnen haben. Die schnelle Form der Geldwäsche. Da könnte Fisk sein Geld im Moment parken. Wir legen ihm daumen Schrauben an. Ich arbeite an einem Haftbefehl. Ich bin dir voraus. Verstärkung! Klasse! So langsam war ich dieser anderen Typen leid. Runter! Keiner macht den... Ich hasse diesen Kerl. Das sind noch mehr! Wenn man jemanden findet, der sich wie Willys Leute für einen verprügeln lässt, kann man sich glücklich schätzen. Ich hab natürlich nicht. Das wird wehtun. BAM! BAM! Ob tot oder lebendig. Fisk ist egal. BAM! Outsch! Jetzt geht's! Oh, komm schon! Das wird besser! find mich mal das habe ich jetzt gerade mal geklippt der wie überraschend eine figur geguckt rossi ja komm tanz mein junge tanz mein junge rossi ja du weißt schon was treffen ist ich habe getroffen einmal schau mal wie viel er hat 0 er hat 4 dosen bier schmeckt so geil wie dein vater dazu nach ganz feriencamp mitgenommen oder was wäre ich nur ich hab nun kühlschrank hier unten weil ich muss ja auch wieder die musik stellen keine musik ja ich mache ich mache ich so chill out pop nur noch hier und trio geht mal am besten zu einem reboot bus wenn wir da hin kämen da ist bei noch meine karte ja da sind sie auch ich habe keinen da hinten sind sie und rossi du hast die dümmste smg die es gibt der ist mega lau das ist was ist los die tone kommt ich kann mich nicht konzentrieren es könnte tatsächlich noch schaffen diese verkaufs runde könnten wir vielleicht sogar noch gewinnen Nicht so rassistisch. Ja, der ist rechts hinterm Stein, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, Lara! Ach du bist so... Im Kopf gefallen, nicht der Stein! Da unten der Stein! Jawoll, episch! Mit einem herzlichen Spiel bin ich jetzt im Best of Guy. Macht nix, das hat man kaum gesehen. Ja. So, ich geh zu den Vollgeist. Ich auch. Rossi, bevor du rüber gehst, ich muss dann... Rüber! ... 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 wieder nein Weißt du was, was mir aufgefallen ist? Bei dem Spiel spielst du zu passiv. Okay. Du musst viel mehr mit den Kugeln arbeiten. Ja. Du spielst zu passiv. Oh, das war gut. Aber Gullo, mir macht das Wetter gar nichts aus, also ich habe kein Problem bei den Temperaturen zu schlafen. Im Gegenteil, ich schlafe da richtig gut bei. Oh no. guck mal schon wieder so weit wollen ja was wird er in der rente ein freundes loch ich habe gewonnen ja wohl sehr gut wieder ein bestauf muss rein bekommen das habe ich gewonnen okay ist ein bestauf drin danke so was passiert wir sind nur alleine alter wie viele punkte die trennen sich noch nicht wir sind doch schon mal gut isoliert ich brauche hier verstärkung ich gehe eine flache schläfchen das ist einer mein arzt Na, was einem der einen passiert ist, kann ich mit dem anderen auch machen. Na komm. Da ist Nummer 1 und da vorne ist auch noch Nummer 2. Und den letzten ausschalten. Das ist doch mal Tarnarbeit. Das ist ja nicht doch mal Tarnarbeit, ey. Das ist so geil. Das muss ins Best-of-Twitch-Video rein. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja eine Befugnis. Also wie wäre es mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Professor Davis. Nämlich Jeff. Und du bist? Äh. Ich weiß, mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkern. Okay. Dann muss ich anders da rein. Hier kannst du direkt ein Not-Warp. Ein Loot-Drop. Ein Loot-Drop. Loot-Drop. Jetzt kommen die Fähigkeiten. Das ist okay. Schieß ihn mal runter. Nein. Und dass einer von euch aufs Kopf gekriegt hat? Ja, doch, Lara. Mit 200 kmh. Aber mit voller Kararo. Tatsächlich hat es es am Kopf gekriegt. Ja, was ist die Storben. Das war die mein Best-Auf-Twinch. Eine 500 kmh noch von oben drauf. Warte mal, ich kann auch noch da oben drauf. Okay, gut. Lala, Lachke. Papa Bachke. Tja, tja, tja. Denkst du, ich trifft die wie von hier? Scheiße, ich wollte mir das nicht mal klaffern. Findest du auch, dass Lara ein sympathisches Lächeln hat? Komm, lass mal Dings holen. Vor allem, wenn... Mach. Oh, diesen Gegner. Die Gegner. Lala ist gerade sprachlos. Ja, ich habe nicht diese Wolke, deswegen. Ach so. Ey, hier ist diese Wolke. Ah, ja, den kann ich mir holen. Das ist perfekt. Was auch, das ist die Gegner bei der Zerstörung. Perfekt. Ey, die Gegner haben mich nicht gesehen, wie schlecht. Ja, die hat die. Laufgedruckt, die hören dich dann nicht. Ey, weiß dann. Die Riftn halt immer noch, ne? Oh mein Gott, ich sehe das. Oh mein Gott, wie viele sind denn da los? Ey, die, die ist auch nicht von mich. Ach so, da. Rechts von uns, ich warst. Ey, hör auf zu schießen, bist du verrückt? Nö. Natürlich. Das ist ein schnelles Ding. Das ist schon los, Jun. I'm running, I'm running, I'm running. I'm running. san-Tikanti, san-tikantantion. San-tikantantion san-tikantantion, san-tinkleantion. Da macht einer Kami-Kamia. Tschüss, Würgur dicks. 투, der hat hier seine Blume vergessen. Bekommt man nicht Mundgeruch, wenn man das glaube ich. Ja, noch hebelst. Nur wenn wir zu bez mangeln, dann einfach. Nur noch 1, Río. noch ein bio ja dass man schauen wo die sind heute mit meinen komikamen ja was ich gehe auf pitt sind hier wie einfach war das gar nicht gesehen ich auch die war da oben auf dem berg und ich habe kommen und dass sie alle zu einfacher an der die bilder ich glaube das ist ein bisschen überbauen ein bisschen ja das kommt ins west aber der ist weit weg von mir ach so das sind zwei ja dann ist das schon mal das eine team kommt zu euch ich habe ja gerade alles getroffen das sind drei das sind drei das sind drei da jetzt weiß ich komme von hinten ich habe erstmal ein bisschen was angezündet gekommen noch ein gut da ist noch einer der ist weg einfach macht das als kronen gehabt ich werde mein 30 sieg haben was ich erreichen wollte was sind zwei wo nirgendwo welches dp sound lass mal schauen die verkämpfung durch 4 sind wir nicht wir haben noch davon ein bisschen gut von den ja ich glaube schon die machen die da hinten habe ich was gesehen ja das sind wir uns zu einer sekunde da alles gut in köln in köln die haus hat nur ein kill dieser ganze runde eigentlich haben sieben gehabt die jahre das ist rechts auf der karte bei den vielen und hier oft kann man nicht mehr machen das könnte vielleicht funktionieren das war das war das war Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, genau die falsche Richtung, naja, klar Ah, blinkt mindestens Jawohl, geschafft! Das hier oben ist mein Kill Hallo? Sorry Mann Können wir doch wenigstens einen Nee Das sind meine Killzimmer Das ist aber noch einer Ja, der ist hallo Ach, scheiß auf den Kill Hä, auf mich wird geschossen, ja, Bullshit Da hinten ist jemand mit der Wolke gewesen, habt ihr den gesehen? Nö Ich zeig euch den Testhut Ich hab KBHBH verwendet Und hab drei neue Ich hab drei neue KBHBHs Schön Und hier ist ne Wolke Und hier ist ne Wolke Hallo? Nö Ja, ich nimm die dann Können doch mal ein Epischen holen Ja Sind 4 gegen 2 Ich komm mit Hier Weil hier auf der Seite können mehr Gegner sein Als auf der anderen Seite Auf der anderen Seite haben die gerade geschossen Hier Wo? Ach, hier vor mir Warte, warte, nix machen Die sollen auf einem Punkt sein Ah, ja, da Fuck, ich bin gleich da oben Ach, du Ach, du Hab ihr mal was mit viel? Ja, ich bin der Dicht vor mir Brauch mal nicht mehr Ah, das war der Letzte Das war der Letzte Das war der Letzte Schön Loser selbst machen Und noch ne Markierung Hä? Ja, also ich hab einen ganzen Kill du Und dann könnte es tatsächlich ein Sieg werden Für einen noch ein Biggie Alter, ich nehm mit dem Pierce Das ist mir eigentlich jetzt scheißegal Das scheiß jetzt auf die Heilung Habt ihr noch ein Mini? Ich brauchte zwei Minis noch Oh, dann Perfekt Warum glaubst du mit einem Biggie? Ich hab noch eine Aufschuldigung Nein Freul dich Ich geh, ich geh nicht mehr zum Loop-Start Auf Glück, bis hier noch ein Filmfass ist Kommt mal so schnell wie möglich zu mir Sofort, Warte Kommt das goldene ding ist da vorne mal es ist nur noch einer das wird nur in ich mag den zusammen mit ihm keine keine halten gerne beide auf einmal auf die leute stellt euch vor dass es letztendlich in opfer wir machen jetzt zusammen mag kann ich ihn bitte haben zu meinen 13 guck mal woher ich finde sehen gerade nicht von der sekunde noch hier aber ich seh den nicht mehr da hinten fliegt er um das ist mein dreizehnter kill bitte wie das auch noch drauf gehst und dann haben wir nämlich ein problem krass name ich habe gesagt das wird ein sieg ich bin dünner viel geiler hier hinten schießen noch welche ich möchte mich mal ein das ist einfach so spaß die goldene aug die goldene aug die goldene aug die sind die 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 jetzt so ein moment in jeder schuss trifft mit dem bis ein bot genau das du kein der an der fahren Ich brauche keine Sniper, wenn ich eine Auge habe. Trotzdem danke, Marc. Kein Problem. Mal gucken auf mein Leben. Ja, wenn du alleine fighten gehst, ey, das noch mal so ein... Ey, ich hab gesagt, wir pushen. Ja, dein Pech. Weil ich und Marc spiel als Team. Ja, wir spielen alle als Team, aber ich hab halt zu euch gesagt, ich will pushen. Hier ist irgendwo einer noch am rumkrabbeln. Ja. Wurde du den gefinisht, Marc? Ich hab gerade gefinisht. Und selbst dann dürfte er allein eh nicht überleben. Nee, dürfte ich nicht weit sein. Er könnte maximal hier sein. Der wird nicht überlebt haben. Na, egal. Würdet ihr jetzt zu mir kommen? Ja, wir treten die Reise an. Ja, die Zone kommt ja auch in deine Richtung. Perfekt. Perfekt. Dann würde ich jetzt sogar auf euch warten und nicht fighten. Würde es jetzt oder auf uns warten brauchen? Ich sag nur schon die letzten drei. Ich geh mal in die Luft und gucke. Ich geh mal in die Luft und weiß wo sie sind da. Komm es supporten. Einer wetzt. Ich lass mir auch noch ein. Bildheu ist auf dem Boden. Der letzte ist der letzte. Tatsache. Ja, und knapp. Ganz knapp. Und meinen 12. Krone Sieg. Mal gucken, ich hab sogar noch eine 7-Krone aufgesammelt. Ich hab mich nur darum gekümmert, dass der letzte Gegner stirbt. Und ich hab sie gemacht. Wie viel hattet ihr? Kannst du mir vielleicht eine Wolke mitnehmen? Ach, schon mit deinen Wolken. Ich brauch halt eine. Ey, die Zone ist zwei Quadratmeter, da brauchst du keine Wolke mehr. Könnt ihr mich noch wiederholen oder schade? Gucken wir mal, wo hier noch ein Bus ist. Ich seh keinen Bus gerade. Ich hab keinen Bus. Hast du einen Bus? Ja, ich geh da grad hin. Achso, da. Ich kann dann auch gucken, ob ich das kann. Ja, genau. 37 Seiten, genau. 37 Seiten langen Bogen hätte der Flo ausfüllen müssen, um mit Gordon befreundet zu sein. Ich war ja schon froh, dass ich nur 35 Seiten ausfüllen musste. Mag ich brauch Hilfe, bei mir sind drei. Weil die ganzen Sachen mit dem Jugendschutz weggefallen sind. Mag hier sind drei Gegner. Ja, ich komme. Die sind so behindert. Ich versteck mich einfach hinter dem Baum. Und der läuft genau und ist vorbei. Die sind alle genau und die vorbeigelaufen. Ah, verdammt, Schiffe. Und den Wolken auch natürlich. Ja. Ich lebe. Der letzte. Aber jetzt, ist vorbei. Ich sag ich schaff das noch. Nein, schaffst du nicht. Da sind zwei. Das wird schwierig. Na, der hat schonmal kein Schill. Ja. ich glaube ich jetzt auch noch ein schild wo denn schwer ja das weit sehr schön dann da 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 glaubt doch einfach mal nämlich kleiner bruder magst du vertraut mir also mein kleiner bruder finde ich sehr nett von dir wer hat gekammer hat oder wer wurde gekommen mehr hat die gegner mein nebel ist scheiße wir sind noch die letzten ja ich brauche aber leben sonst darf ich das nicht Lara ich habe gerade markiert da hinten da hinten irgendwo hier ist die aha mal m wir dann mit auf die kernseife auswaschen ich habe ihn voll ich habe ihn voll vergessen wir wollen doch keinen sein verausgerungen aber ich glaube so viel kanzler kann ich jetzt halt nicht kaufen wie ich bräuchte hier mann aber solche hohen benzin kann es gleich heute den eigentlich anzünden, die waren da alle One-Shot. Hat ein. Lara, wo bist du? Am Baum. Ah, knapp. Oh. Oh, oh, weg da. Gut, Lara. Gute Reaktion. Ich hab den Zweiten. Nur noch einer. Oha, Lara, wir müssen jetzt irgendwas machen, komm. Jetzt Frauenpower. Mag die so einen Moment, wenn die Girls uns mal wieder durchcarrieren müssen? Mhm. Das ist Gleichberechtigung. Aber die sind nur genau von mir. Das ist die moderne Gleichberechtigung. Genau. Oh, oh. Oh, nein, nein. Kenner. Ich hab bei mir. Hä? Ach so, da, oh. Ja, mit meinem Gehti-Shirt. Oh mein Gott. Aber trotzdem nur noch einer. Das leben noch zehn Leute. Einer. Ich sag safe, der ist irgendwo ein Busch. Kein Ken. Nein, ne, 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 ne. Jawoll. So will ich das sehen. Alter, mal das gerade klickt. Konntet ihr so scheiß wenig geben. So will ich das sehen. Das kommt ins Best-Ach, oder? Natürlich. Vielleicht noch Steine von der Decke. Leute, jetzt gibt's erstmal noch ein Manchstadt-Party hier. Ich bin doch gar nicht hindurch. Nein. Nein. Oh, die ist da schon wieder drin. Ah. Hm, ich bin doch weggegangen. Wie haltet man eigentlich noch? Hä? Wie haltet man noch mal? Äh, glaub mit R2 war das, glaub ich. Den Fall mit einfach den oberen Knöpfen war das. Wah. Ja. 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 Und jetzt kommt der Endgegnung. Da muss er am besten immer ganz schnell hin und her. Weil immer da, wo er gerade hinhaut, dann muss er gucken, dass du dann ganz schnell auf die andere Seite kommst. Ah. ja lb left button ja ich weiß ich will nur meinen dänen abspann oder das weiß nicht mir ja richtig ne jetzt wird nix so jetzt aber das war jetzt ja der ist weg der ist weg ja danke Zeit die wir mal benutzt zum Lichter rüberzubringen. Gucken wir den. Dann ist das jetzt wieder drauf mit dem Packen und so. Dann haben wir voll die Lasche bekommen. Gehen wir gleichzeitig drauf. Ich glaub es ja nicht. Einmal Lüfte reichen noch. Wenn wir ja noch zwei leben. Einmal müssen wir tatsächlich noch. Er ist gerade reingegangen, ob ich ihn sofort hinterher geschmissen bin. Ich mach das jetzt eben. Jawoll. Ein Stück mit Sack ist auch noch. Ja, genau. Das ist episch. Dein Bewegungsmuster ist definitiv. Ja. Und du hast nicht so viele andere Leute dann rumspringen. Ja. Aber trotzdem kriegst du ganz schön die Jacke voll von ihm. Ja, es geht. Ich weiß ja nicht, wo er genau dahin fliegt. So, du siehst doch jetzt die Kreise. Jetzt bleibst du hier oben. Okay. Da hat er eigentlich mal auf mich geschmissen. Und wenn er sich dreht, musst du auch einmal weg. Ja. Du siehst ja die Kreise dort. Schmeißt den Stein nach vorne. Hey. Ja. 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 Du schmeißt ja dich nach vorne. Und hat er ein paar Kreise macht er. Ja. 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 Ich bin jetzt gar nicht mit dem scheiß Stein da gelischt. Ah. Ja. 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 Ah, egal. Der ist fällig, ist der. Den hab ich gelegt, hab ich den. Sehr gut. Ja, jetzt brauchst du das, finde ich, versuchen. Doch. Weil's klappt. Was zwei Bomben macht. Na, jetzt keine Chance wird rein. Beide rein, hast du ja keine Chance. Oh, die haben die Dramen auch ganz schnell weggekriegt, ey. Ja, aber wenn ich da mit dieser Bombe da reinhau, dann bin ich alle in den Marsch. Ich lade ich selber wieder auf. Ich möchte die richtige Schreie erwischen da gerade, dann dauert das ein bisschen länger. Da waren meine Schatten-Doppelgänger da, die hau ich mit einmal weg. Das Crank-Teilen, das kriegt mir nicht so viel. Na. Ne, du brauchst das gar nicht mehr so gut. Oh, verdammt. Das war noch so gut, ey. Oh. Du musst es auch zwischen nicht mehr aufladen und so. Oh. Er hat doch nicht mehr so viel. Oh, die Schellen hat er gemerkt. Die auch. Lieber nochmal mit dem Flammen. Und dann fang ich gleich mal mit einer anderen Waffe. Okay, das fällt ab. Bam, da ist er weg, da ist er weg. Da ist er doch weg, ist er da.